so zurück in der mine mit neuem equipment zumindest so neu dass es nicht gleich wieder kaputt geht da kann weiter abgebaut wir müssen es unbedingt noch bis zur hölle schaffen was kassisch wir haben glaube ich jetzt zehn folgen das müsste jetzt die zehnte folge sein und wir sind schon auf dem weg zur hölle was like a pro ja diesmal läuft wie am schlürchen so ich setze da jetzt eine lampe hier nimmst keine lust mehr oh was kommt da ach das mut die nehme ich auch mal mit da kann man wohl adobe bricks draus machen also stein nicht stein ton müsste theoretisch so ton zeug sein so so lehmhütten mäßig können wir so eine gartenlaube oder so draus bauen oh yeah boah stalaktiten gibt es hier aber auch mehr als genug oder aber echt ja von denen gibt es irgendwie ganz ganz viele so machen wir weiter hier weiter hier mal treppenstufe rein so ich muss aber nach unten weiter swordrock das ist eine zu wenig so kann ich noch hoch springen ja ja aber stahlaktiten gibt es hier schon mehr als genug also das ist ein bisschen viel wo hängt die lampe ich häng die lampe mal eins runter genau wir machen das jetzt ganz einfach wir nehmen die lampe einfach immer wieder mal mit wir haben nur noch eins oder wir craften irgendwann mal 50 stück oder so da wird alles schön zu kann auf dem weg da ohne silster und keine ahnung müssen mal gucken mal aus silster und vielleicht eine coole wand bauen kann oder so und da ist iron iron haut wo 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 holy moly katsch uu drei stück drumrum da oben zwei stück und da eine nach oben eine nach unten und aber da noch eine zack 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 und noch eine heilige scheiße ich bin so ich bin so eine art trüffel schwein habe ich festgestellt glaube ich ohne scheiß du bist das schwein schwein scheiß auf note.js notepig ist das neue notepig jawohl unglaublich 5 stück ich habe nur noch einen extrakt und das gute ist dann können wir theoretisch den eisernen handschuh bauen je nachdem was wir dafür brauchen und danach können wir alles was mit obsidian zu tun hat können wir theoretisch erstmal nur dafür verwenden extraktoren zu bauen weil da kriegt man dann die doppelte menge raus ja wunderbar das ist jetzt nur am anfang so ein bisschen nervig so geil aber voll gut voll gut jetzt weiß ich auch wieder wie eisen aussieht das war so rötlich ich habe noch eine das habe ich jetzt erschnüffelt das problem ist nur wenn da jetzt noch eine kommt ja da kommt noch eine ich habe kein extraktor mehr ich liebe diese mine ohne witz ich liebe es wenn ein plan funktioniert ja oder ja da ist noch eine was ganz einfach ich setze eine fackel drüber hammer gut hammer gut wieviel kommt er raus nur dreimal sogar krass aber geil eisen ist sehr gut dem eisenhandschuh können wir nämlich auch äh na wie heißt es ähm diamanten beziehungsweise ne diamond war glaube ich ohr aber wir können den lavastein und so weiter abbauen so jetzt haben wir auf jeden fall die höhe vom eisen ja das heißt wir gehen hier auch noch mal in eine andere richtung zur sicherheit wir müssen dann einfach nur gucken ungefähr ein zwei reihen drüber ein zwei reihen drunter gut 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 passt es aber jetzt machen wir erstmal hier noch alter mein handschuh schon wieder zur hälfte runter innerhalb von fünf minuten wahnsinn man merkt das geht jetzt aufgrund wahrscheinlich der materialen natürlich schneller irgendwie ja klar naja ich will gar nicht wissen stark hinten die verlangen so einem handschuh schon was ab wie weit sieht es denn aus hier ach du scheiße zweieinhalb minuten na guck ich so lange mal was braucht man denn für den oh was ist ein ignisius rock ignisius rock requires iron mining das ist der lavastein ah cool ich sehe schon wir nähern uns nicht ganz feuerstein heißt es glaube ich weil ignisius ist eine zündung ja dann muss ich nur kurz warten bis wir einmal iron haben gut dann muss jeder von uns einmal iron einsammeln weil ab da unten kommt nur noch ignisius rock wie es aussieht gott hammergut 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 ja da geht es anscheinend nur noch so weiter voll geil upsie so dann setzen wir hier noch eine fackel hin bisschen licht wenn wir schon so weit runter sind beim ignisius rock dürfte dann auch bald die hölle kommen ja dein traum wird wahr let's go to hell genau sie ja in hell ja gut eine minute ernst der da oben ist schon fertig oder ne auch noch eine minute schon die erste abends handlung aber da müssen wir glaube ich wieder hoch dass wir daraus was machen können ich hab schon ich hab jetzt schon unten da bei denen hier habe ich schon das zeichen mit dem heiß 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 ja ja darfst nicht allzu lange drauf stehen ja warm man man ich sammle hier gerade drumrum noch ein bisschen kreppeln ja ich glaube so hat es beim letzten mal dann auch angefangen ne ich glaube ja irgendwo war ein loch und dann war da plötzlich die hölle ja hier kommt schon lava hier ah hart und lava jawohl ja dann dürfte es nicht mal arg zu lange dauern ich weiß gar nicht mehr ob es flüssige lava auch gab da unten gibt es dann auch mineralwasser das ist das beste weil das heilt brauchst du nur rein hocken und es heilt ich hoffe dass man das benutzen kann für na ähm man für diesen garten dass es die pflanzen schneller wachsen lässt oder so ah ok das wäre der hammer ich höre es blubbern oder sowas sag mal kurz ruhig mach mal nix ach das ist bestimmt der lava stein oder ne ja oder da unten geht es oder geht es doch hölle ja wir haben uns ja glaube ich letztes mal durch den äh ding noch durch gemauschelt oder ja wir haben wir haben auch so ein paar von diesen lava dingern und diese diese ha 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 ich habe es gefunden guck mal was da unten flüssige lava was jawohl du hast es genau das so warmer letztes mal jawohl das war es ja geschafft so machen wir hier nur ein loch auf jawohl ein schönes großes was nein mein handschuh ist kaputt mach mal hier den den stallaktierten dinger noch weg den da ja und den hier genau ich guck so lange schon mal runter alter was sehe ich doch ich muss da runter aber ich will nicht ins feuer fahren ne aber warte mal wir haben doch stein dabei strom äh oh das wird jetzt naja ich mach nur ein bisschen schön hier das wird jetzt böse alter ich will mich da runter mauern ich greife einfach ich greife einfach ach mach mal den effekt wegen noch hier ein bisschen schön ja oh kein schein mehr so limestone nein oh ich bin untergefallen schnell komm hier rüber und heil dich heil dich heil dich heil dich immer ja lauf hier rüber und heil dich immer gegen boah ja und guck mal neben dich was steht da ahahahahaha wie geil oh alter hier geht es oh ich muss mal kurz was gucken und alles in der heutigen Dings ist das ja fett oh shit oh Gott hier unten ist Verschmutzung da gibt es da kommt ein Biohazard Symbol in Lilanes achte erst mal wieder hoch oh shit lass mal irgendwo hin wo es wo uns nicht die Eier abrennen bitte boah ja weil das Ding füllt sich grad verdächtig schnell oh puh ich sammle das ganze Eisen ein dann neue Handschuhe machen ach weil dann können wir uns hier unten schön durch arbeiten mitnehmen aber wie bist du jetzt ah ja weil hier unten die Iron Node müssen wir noch mitnehmen auf jeden Fall ich geh schon mal vor ja müssen wir mal gucken dass ich jetzt sauber wieder hoch komme äh ah ja jetzt habe ich es geschafft Forge Iron Bar wuhu ach hier waren noch die anderen Extractors so alle mitnehmen ich glaub's gar nicht ach nö hier ist nochmal eine da ist nochmal eine Coal Node aber Coal brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr nein lass mich doch da nuff mensch menschenskinder voll krass ey das hätte ich jetzt am wenigsten erwartet vor allem gleich ich auch Diamanten so da hinten ist die Lampe bei der Lampe geht's hoch die hab ich glaub ich ziemlich gut gesetzt die Lampe ist der Wegpunkt ja hier hoch und hier hoch so geil Diamanten die Höhle und die Hölle gefunden alles ist da perfekt dann bauen wir nur noch Obsidian Extractors weil dann kriegt man mehr raus ja ok grad bei Iron und so nicht schlecht so ich forge mal Iron ich hab keinen Brennstoff wo war das verdammte Holz aber nix was man verbrennen kann Holz no way hab ich das Holz weggeschmissen ne da so ich lege in beide Öfen einmal rein damit du auch die Freischaltung bekommst drei ich mach mal drei Stück pro ok eins zwei drei so das dauert jetzt eineinhalb Minuten derzeit guck ich äh oh da ist mal ein Stone Slap ah da kann ich Stone Slaps schonmal sägen das werden wir hundertprozentig brauchen aus Mold kann man Glob of Goo herstellen whatever so haben wir noch normale Steine oder so so weh da braucht man jetzt Bedrock dafür ey dann können wir grad wieder runter gehen ne ne warte wo aber dann muss äh stellen wir mal Bedrock hab ich 99 Stück ich kann sie nur nirgends ablegen doch unten in einem der beiden Thron da haben wir Platz dann mhm ne ah ich mach's nicht mehr rein und dann geh mal zum linken Ofen und sammle einen von diesen Iron Bars schon ein und dann kannst du dir auch den Iron Mining Cell freischalten ne man braucht Salt Rock 8 mal Salt Rock äh oh Gott ich hab keine Glowing Mushrooms mehr das glaub ich aber nicht ich hab voll viele mitgenommen die irgendwo reingeschmissen nicht Depp oh Salt Rock äh ha 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 wo hab ich die hingeschmissen da war einmal ey what the shit ich hab voll viele Glowing Mushrooms gehabt vorhin mhm ach da da sind nochmal zwei mhm ach da sind die alle 14 da mhm so so Salt Rock Glowing Mushrooms Seashells hab ich ja extra gesagt gehabt dass wir die mitnehmen müssen mhm äh ich weiß noch nicht mal wie sie gelagert haben und ob wir genug hatten mhm 12 Stück also ich hab jetzt mal einen genommen damit ich's schon mal discovered hab und ach warte Obsidian Slap ja das passt lassen wir die anderen noch drin ja ich äh sammle grad noch die Reste ein die wir brauchen ok so Obsidian Slap müssen wir noch herstellen so die brauchen wir alle ich hab was gesehen die brauchen wir alle hast du ne Kiste gesehen? ne aber so ein Geisterschwein glaub ich ah sehr gut mitnimm eins zwei drei ah zwei Obsidian Slaps ja das müsste passen für zwei Handschuhe ja dauert nur kurz bis alles fertig ist gut wie immer halt so ja die die Sachen brauchen jetzt richtig lang so Teleporter kann ich jetzt anlocken den will ich eigentlich nicht bauen aber egal oh ne Grand Arctic Chest Globe of Goo braucht man dafür ok warte mal mal ab so Teleporter unlock ich mal einfach nur dass ich ihn unlocked hab wollte eigentlich gucken was es noch gab ob ich noch was zum freischalten hab nein nein ok Moment so werdet ihr jetzt mal fertig hier ich kann jetzt schon einen bauen yay Craft ach den zieht er automatisch an warte mhm aha geht bitteschön ja nice ich warte auf die letzte Iron Bar noch dann hatte ich gesehen wir haben noch Moss hier irgendwo drin gehabt 18 mal also hier kannst du auf jeden Fall Fackeln craften aber ich crafte zuerst welche so dann ziehen wir mal den Iron an jawoll so dann das wieder rein das auch wieder rein alter ich werd doch irgendwo so das Holz noch runter kriegen so dann fertig yay und öh was fehlt mir oh nö alter mir fehlt einmal Saltrock oh kannst du den unten reinpacken in einer von den Truhen oder hast du den schon reingepackt Siltstone Bedrock Bedrock ne WTF ah Saltrock wot 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 ach doch hier hab ihn in der anderen Ruhe war einer dran so jetzt kann ich nämlich das Inventar wieder leer machen so jetzt brauche ich alles was wir an Obsidian haben ok weil das wird jetzt alles verarbeitet zu Obsidian Extractor das ah ja muss ich nur gucken da wir das kochen müssen brauche ich da erstmal das alles weg 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 erstmal alles raus aus dem Inventar so was brauche ich dafür Obsidian und Stone Slabs das heißt haben wir irgendwo noch normalen Stein hm lass mich mal gucken ja ich glaub in der in einer der oberen Kisten müsste doch normaler sein äh limestone ja oben in der rechten Kiste ist normaler Stein ach perfekt und dann stelle ich jetzt erstmal ganz viele Stone Slabs her mhm die brauchen wir und Obsidian wird alles komplett verkocht und Coal brauchen wir glaube ich für die Lampen guck ich mal Wood Burning Lamp Coal Wood Rot Stone naja das ist jetzt nicht so wichtig ähm das brennt haben wir noch mehr brennbares Zeug hier kann man ein Wood Wall verbrennen gucken wir mal dann kann ich Obsidian kochen mhm Perfekt so jetzt ist nicht mehr genug ah da haben wir noch Holz Holz kann man gottseidank jederzeit wieder rausfarben ja es geht locker das komplette Holz wird jetzt verarbeitet wird nur noch Holzkohle übrig bleiben aber es muss weil Obsidian Dinger sind sau wichtig mhm ich guck grad mal hier liegt auch nochmal 48 mal Kohle drin ich hab oben aber irgendwo auch Kohle liegen sehen hier lol alter wir haben 2 99er Stacks mit Kohle und 1 12er Stack also was will man mehr ja ha läuft so dann schmeißen wir erstmal den Müller raus Rocky Dirt den kenn ich noch gar nicht oder? doch das kann raus Magnetite haben wir hier noch 6 mal nochmal Moss ach stimmt hier haben wir 6 mal Miro Eye wir brauchen unbedingt noch einen verdammten Miro so 46 Stone Slaps wie viele kann ich da jetzt bauen 1 2 3 4 Stück oh Gott oh Gott das wird dauern so ich geh mal wir können nochmal kurz Holz farmen genau das ja weil wir brauchen Holz das wir äh 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 weitermachen können ok mit warte jetzt kann ich kaum Drain Freeze ähm na oh ja ich will nur das Geische wie ich grad verhauen machs fertig weil das hat Haunted Parts dabei Haunted Parts ähm weitermachen mit Obsidian Barren herstellen mein Gott mhm was ne schwere Geburt da hinten rein oh ne Truhe ich hab auch mal ne Truhe entdeckt jaaa Wahnsinn Wahnsinn was ich da what the fuck Bowtie 10 mal Kohle 90 mal Holz lalalala das heißt wir haben schon wieder Brennholz müsste auch reichen um den Rest zu ver- schwarfen das war ja das Schwein ach ne großes Schwein ja damit boah alter Schwede das wird wir können echt noch ne Geisterhütte da hinstellen so viele Geisterviecher so Obsidian jetzt hab ich nämlich 90 mal Holz aus ner Truhe besser kanns nicht laufen so ich hab auch noch mal ein bisschen was so huah so so und da mahnts nur noch 25 mal haha ne 26 mal sehr gut ne gerade Zahl wir brauchen immer 2 für einen Barren jetzt werden wir noch mehr von den Dingern bascheln so ich hab jetzt grad mein sieben Stück so ein Rezept noch mal Haunted Wall noch mal von diesen Grabsteinen Glob of Guh hab ich doch hier irgendwo gesehen ich hab da noch mal Holz in die Dings reingeschmissen jetzt ok Haunted Wall wir hatten doch davon irgendwo guck mal wieviel verbrauchten so eins und die sind jetzt im Keller naja passt ahja die sind jetzt läuft so Kürbisse wo zur Hölle sind die Kürbisse hoch da hab ich die nicht gesehen da Kürbisse Decke und nochmal Wand ne Container ist voll Container ist voll da haben wir Platz Gunpowder hab ich auch nochmal ja und was can be worn by Pets oh warte oh warte haha komm mal her weil du hast schon Tiere gezähmt ja im Gegensatz zu mir sammle das mal ein und gib das mal einem von deinen Tieren wenn das irgendwie geht ich hab keine Ahnung wie das gehen soll weil da steht can be worn by Pets also also geh mal gucken ich bin jetzt mal gespannt wie das hallo mein Schweinchen ah da draußen ist es das würde mich jetzt nämlich mal interessieren so warte 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 jetzt gucken wir mal das hat Hunger das zeigt grad so dieses Gedankending ja wie bei Sims leider noch wir haben noch nichts weil es will entweder auch es wie es aussieht mit Suppe und Brot abgelehnt ehm tying this around ah about a Miro snack is a lot harder than you think a what ok ja aber warte mal ich guck mal ich hab achso warte mal warte 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 ah da kann ich's nicht ich kann's weder in den Slot reinlegen noch can't be used in Quick Bar ok wie dann geh mal hier hin und guck ob du damit interagieren kannst irgendwie ok warte mal eins wo ne Glocke rum hat ob du das hallo bleibs irgendwie anfuchteln kannst warte mal interact ah warte mal interact genau und dann kannst du ihm jetzt da wo der Hootslot ist kannst du ihm glaub ich was geben ja roffel alter oh mein gott das ist der James Bond Schwein hahaha das James Bond Schwein wie geil ja oh man 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 ja so ich hab mal noch die Dinger wieder eingesammelt das Woyzen ich wollte jetzt mal ein Brot bauen backen sorry ach ne wir haben kein Wasser da egal dann pack ich's in die Truhe Brot bauen ist auch gut ich will mir mein Brot bauen ich will mir mein Brot bauen unfassbar ey so ich hab jetzt 16 Advanced Extractors mhm achso das Obsidian Schwert wollten wir uns noch bauen oder sollen wir gleich das Iron aber ich würd sagen wenn schon dann machen wir es gleich mit dem Iron es sei denn wir brauchen das Iron noch für was wichtiges dann lass uns auch hin wir müssen ein Warm Worm Worm Tooth holen das ist in der Hölle dieses voll spuckenden Würmer und wir müssen das Obsidian Schwert so oder so bauen und dafür brauchen wir noch Miro Augen was aber glaub ich kein Problem ist ich muss es nur einmal bauen und dir hinfallen lassen dann hast du es entdeckt das reicht schon deswegen das kriegen wir hin so Extractors jetzt hab ich 18 aber wir haben noch genügend Obsidian da drin aber ich würd sagen wir gehen jetzt schon mal die rennen ja nicht weg das schaffen wir noch da kurz runter ja weil dann wirds bald für mich äh nicht nur für dich die Folge ist ja dann auch vorbei und so ne halbe Folge anfangen machen wir ja nicht deswegen genau schnell da runter sprinten ich komme ja und noch eins ne wir können noch nicht weiter runter weil da brauchen wir dann den doch wer haben wir den Handschuh ja dann können wir jetzt sogar die Sachen alle noch entdecken muh so wo war jetzt das Eisen bin ich schon dran vorbei? ne ne da hab's oh Gott Miro ich komm holy shit no don't don't kill me ach kein Problem ich muss nur einen Schritt zurück gehen wenn er so ausholt ich will eine Blendgranate einfach weggehen oh shit da war ich nicht schnell genug weg ach komm fall um jetzt aber jetzt aber oh ja der hat gleich zwei Augen gefallen lassen sehr gut so jetzt will ich nämlich gucken jetzt kommen auch sechsmal raus zwei Millionen dauerts jetzt können wir hier erstmal entdecken Ignisius Rock die Ignisius Rock ja dann gehen wir gleich weiter dann bauen wir nämlich hier jetzt mal schön ab so was mir nicht so rumspringen muss ah ich muss weiter fällt mir gerade ein weil da hinten waren doch Diamanten Diamonds abbauen oh what the shit is in death so jetzt die Diamonds da kommt was ich bring was mit ich hab keine Ahnung was das ist das sieht voll creepy aus komm her aua ah nein das hat mich angezündet oh no und Miro ich hab das Wort aua nicht anzünden oh shit oh nicht beide wow das können wir nicht das können wir nicht ernst meinen warte ich komm ich kümmere mich um diesen komischen ich hau auf beides einfach rein ok ich seh nix aber ich hau rein oh shit ich glaub ich hab dich gehauen falls ja das war nicht meine Absicht wow 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 alter ja Miro kaputt wow wie viel hat er noch hot food yeah heißer Fuß so alles mitnehmen das haben wir jetzt aber verdient oh der hat mich nochmal gut erwischt der Sack ich muss trotzdem noch ohne mhm mensch oh no oh no's boah alter ich bin in die Lava gefallen das war knapp ist mein Lampmann so jetzt hier lang weil jetzt kommt nämlich Amtshandlung Zack 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 mort Würmle. Komm mal her. Einfach draufhauen, einfach draufhauen. Oh, tschuldigung. Alles cool. Ah, warm warm. Oh, muss ich gegenheilen. Yes. Yes. Ich hab den Zahn. Oh. Ach, hier ist scheiße, warte. Alter. Ach du Kacke, da ist noch mal. Oh, was haben wir denn hier? Turmaline. Turmaline. What? Keine Ahnung. Kann das nicht. Doch, Turmaline oder Türmaline. Was haben wir hier noch? Türmaline. Oh, eine Truhe. Lol. Iron Chest. Treasure Chest. Ew, die Pixie. Zehnmal Coal. Torn. Journal. Page. Und Arctic Torch. Take all. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich nehm's mit. Wollte doch gucken, sind ja noch mehr Diamanten. Warum nicht? So, wie viel kommt er jetzt raus? Oh ja, sechsmal Diamanten pro Extraktor. Dann gibt's bald den, gibt's einen Diamantenhandschuh. Ja, oder? Ähm. Stinkmal, oder? Oh ja. Oh ja. Turmaline, ja. Dann müssen wir nur noch Eis finden danach. Sammelt Turmaline ein, das brauchst du für den Diamantenhandschuh. Okay. Hab ich. Hammergut. So. So. Hat das unlockt, ja. Gut. Da brauchen wir nur noch Diamond Forge und Eis einsammeln. Ja. Ich will mal gucken, kann ich Lava einsammeln? Ne, da brauch ich dann die Lumite Mining Cell. Okay. Oh, ich seh grad, mir brennt langsam der Arsch an. Ich stell mich mal kurz hier hoch. Um wieder abzukühlen. Und sammle das Eisen ein. Ei, ei, ei. Gibt's noch ne bessere Mining? Ne, Extractor? Doch, es gibt nochmal einen Super Extractor. Da muss man aber, da muss man aber das Rezept finden. Oh, oh. Hier ist so ein Diamanten-komisch-Vieh. Äh. Diamanten-komisch-Vieh? Ja. Waaat? Oh, geil. Nein, da ist nochmal so ein blöder Wurm. No. Oh noes. Ich mag die nicht. Die sind gemein. Ich hab nur noch zwölf Health Potions. Keeper heißen die. Ich hab nur noch zwölf Health Potions. Komm mal her. Ja. Komm. Ach, hast du den am, am hier? Aua, jetzt zündet ihr mich schon wieder an der Sack. Warte, 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 warte. Ah, ich komm. Da heiße ich uns. Ich komm. Aushalten. Aua. Aua, aua, aua. Ich hab nur noch zwölf Health, zehn Health Potions. Ups, acht. Jetzt hab ich zwei genommen. Das war nicht beabsichtigt. Egal. Jawoll. Ja. Wer damit. Hardened Lava discovered. Der hatte Hardened Lava dabei. Ah, warte mal, die kannst du auch entdecken. Ich will unbedingt die Diamanten noch mitholen. Ja. Hatte ich glaube schon. Ah, okay. Oh nein, da kommt noch so ein Hot Food. Mann. Alter. Wir müssen da hinten mal eine Lampe reinhängen oder so. Mit den Viechern hast du es aber, ne? Ich mag die nicht. Ich werde in die Lampe da reinhängen, in den Säcken. Oh, oh. Ich höre ihn immer noch. Gehen sie weg. Ja, da ist er. Gehen sie mir nach. Oh, oh, oh. Gehen sie. Ah, jo. Jetzt rennen wir auch noch nachher. Oh, 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 oh. Boah, wir müssen unbedingt Mineralwasser oder so mal finden. Alter, jetzt, geh weg. Ist jetzt gut hier. Meine Fresse, du. Oh, und das Stonesword ist damaged. Ja, meinst auch. Ich will den jetzt aber rausnehmen. Jetzt, ja. Ey, jetzt fuck halt mal auf, ey. Jetzt kommt noch einer. Och, nö. Was geht denn? Jetzt hab ich aber die Schnauze voll hier. Och, Mann, der kommt wieder mit mir. Ich hab doch keine Hellpotions. Ich hab nur noch vier Stück. Ich will unbedingt noch vier mal hinnehmen. Was musst du auch immer mit den Dingern knuddeln. Ich knuddel doch mit dem gar nicht. Ich seh sein Lebensbein gar nicht. Jetzt. Ich trau mich schon gar nicht um die Ecke zu gucken. Ich will die aber. Ja. Goddammit. So, und jetzt verpisst euch hier. So, alles voller verdammten Fackeln. So. Ist das jetzt schon fertig? Nee, viermal. Viermal. 32 Sekunden. Eine Sekunde. Yes, her damit. Falsche Taste. So, und jetzt kannst du den einsammeln. Bitteschön. Dude, den da. So. Ah, den oberen, ja, okay. Ja. Ach, vier sind gleich fertig. Ich war mir nur nicht, ich war mir nur nicht sicher, ob es funktioniert oder nicht. Aber es scheint zu heben. Ja, ja, alles gut. 20 Sekunden. Oh shit, hier geht's noch weiter runter. Ich mach mein Licht hier überall an. Einfach nur, damit Licht da ist. Alles mitnehmen. Ups, falsche Taste. Oh yes. So, der müsste auch fertig sein. Alles mitnehmen. Alter, Diamanten. So, und weil ich jetzt zu faul bin, nach Hause zu laufen, geh ich jetzt erstmal hier hin, wo mir der Arsch nicht abrennt und drück dann einfach T nach Hause. Jawohl, genau. Ab nach Hause. Und dann bin ich nämlich in meinem Zimmerlein. Und los geht's. Dann schmeiß ich da Dessa rein. Das ist eine komische Torch, genau, das Dachstellen oder so. Dann treffen wir uns doch schnell unten. Jawohl, okay. Weil mit den Miro-Augen kann ich jetzt auf jeden Fall das Obsidian-Sword bauen. Ja. Und dann können wir nämlich das Diamantenschwert eventuell nächstes Mal haben. Schwerter, Schwerter, Schwerter. Nicht Diamantenschwert, sorry. Das Dingenskirchen. Ah, alt. Mein Hirn lässt heute echt nach. Das Iron-Sword, meine Güte. So, jetzt aber, oder? Obsidian-Sword-Crafts kommen sie mal her. Das ist ja was merkwürdig. Wieso? Ah, wieso? Ich hab's mal fallen lassen. Was? Nicht ins Bett. Ich seh's ganz genau, dass du dich schon wieder hinten gegen willst. Die Maus will nicht, wie ich es will. Komm aus dem Bett. Ich bin draußen, aber... Unfassbar, ey. Wieso? Wieso? Funktioniert das jetzt nicht? Oh, shit. Du wirst es jetzt nicht glauben, aber... Ich sammle mal das Schwert wieder ein. Ähm. Du machst schon wieder komische Dinge da oben. Ja, ja. So, ich muss mir eh... Ohne Witz, jetzt hat mal kurz die Mausi gesponnen. Ich will dich jetzt auch mal... Hahaha. Keine Worte. So, jetzt... Ich komme. I don't believe you. So. Hahaha. Da bin ich. Da bin ich. So, warte. Ich leg das mal in die ganz echte Truhe rein, das Schwert. Mhm. Und dann kannst du das so gehen. Ach, jawohl. Und kannst dann... Gleich... Jawohl... Equipen. So, jetzt haben wir wieder neunmal Health Potion. So. Muss ich mal bei Gelegenheit wieder Blümchen sammeln. Ja. So, Miro-Auge habe ich mal noch am Körper. Ich guck gerade. Äh, für das Iron Sword brauchen wir nämlich... Behalt mal das, äh, ich mache mir ein Obsidian Schwert für den Übergang. Okay. Weil für das Iron Sword brauchen wir Feral Pixie Fur und für diese Warm Wurm Zähnen. Für diese Warm Wurm Viechern. Ah, da müssen wir auch ein paar von denen killen. Ich würde sagen, da sammeln wir noch ne Weile. Ja. Geht besser. So, Diamanten brennen wir einmal jeweils, damit wir das auf jeden Fall schon freischalten. Da benutze ich jetzt sogar Kohle dafür. Das haben ja eh die Viecher getroppt. So, noch irgendwo Platz. So, Schwert. Gegen Schwert. Ja, das Obsidian Schwert ist besser. Definitiv. So, wie der Glauben ist eigentlich. Zehn Sekunden. Na jo, passt. Dann lade ich mal noch alles ab. Was ich abladen kann. Ja, das mache ich auch mal. Ach, da haben wir Pilze noch. Sehr gut. Da haben wir auch noch mal Pilze, dann stacken wir die nämlich mal. So. Hm. So. Dann. Einsammeln. Und im anderen Ofen liegt auch einmal drin. Okay. Komme ich da mal hoch. So. Dann sind wir jetzt nämlich, glaube ich, an dem Handschuh wieder einen Schritt näher dran. Wir müssen jetzt nur noch Eis sammeln. Und. Hehe. Das habe ich, glaube ich, schon gesehen. Hier. In die Richtung. Das können wir von unserem Balkon aussehen. Auf dem Berg da oben. Ja. Ich wette, da werden wir Eis finden. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Jawohl. In diesem Sinne. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.